Hallo Leute, heute spielen wir Sniper Elite 4 Italia. Ich bin schon ur-wart, zumindest fast-wart. Nein. Warum? Spiel. Okay. Spiel starten, einfach mal das. Ich weiß nicht was da kommt, aber wir spielen es einfach mal. Es ist ein krasses Spiel. Und ja, Dorf überleben. Ah ok, ich zeig glaube ich check das jetzt. Ist auf jeden Fall brutal, aber saugeiles Spiel. Muss ich dazu sagen. Das bin ich hier. Da hinten, vorne vorne. Der hier bin ich. Und ich weiß nicht wo die Gegner kommen. Scheiße man. Muss ich diese Software machen oder was? Das wär nice. Das wär richtig nice. Ah, geil, was ist das? Looooooow. Kann ich das sterben, warte? Na kann ich nicht, okay egal. Auf jeden Fall kann ich da nachladen holen und so weiter. Alter. Alter sind wir ausgerüstet. Bist du marisch. Geil man. So, wo kommen die Gegner? Wo sieht man das? Spiel beginnt in... Oha, okay es beginnt jetzt. In 6 Sekunden steht oben. In der Mitte. Spiel beginnt. Jetzt beginnt es gleich heute. Ich muss mich in Deckung stellen. Ich muss mich in Deckung geben. So, wenn man... Und man... So. Man nimmt mal den Stein und dann das. Sniper ist immer gut. Ich weiß auch nicht wo die aufkommen sind. Warte ich geh mal am Dach rauf. Schauen wir mal am Dach rauf. Vielleicht findet man da was. Der hyperventiliert schon wieder. Das ist ein Soldat oder was geht mit ihm? Was war für den? Oh ja, da ist drüber drinnen. Kann ich da rein, bitte? Kann ich da rein? Ich muss springen, hallo. Ich hab was. Ne, kann ich nicht nehmen, egal. So. Oh fuck, da sind die Gegner. Ich seh sie, ich seh sie, ich seh sie. So, da vorne ist der Gegner. Wir werden uns schnappen. Da hier. Alter, die treten vor. Bist du da einfach. Fuck, fuck, fuck. Digger, Alter, ich hab über viel Schaden bekommen. Was geht mit denen? Scheiße, die haben mich entdeckt. Nee, okay, das geht Teil sind nicht aus. Das tat die nicht aus. Das tat die nicht aus. Teil sind nicht aus. Teil sind nicht aus. So, hast du was ich schmeiß? Hier mal, wie keine Bombe hin, lieber. Kopfschutz! Nice. oder wenn ich das spiel taug mit mir mehr teile davon haben wollt gebt ein like und lasst ein abo da was da bitteschön einmal bombe nur für dich bombe ist explodiert und ich hoffe ihr sagt nicht dass sie viel zu brutal ist das ist echt brutal und das gebe ich zu und das ist unnormal wieso vergeut ich meine sniper muni zu tun glaube ich muss heilen muss heilen 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 bin was down heist was wieder dorthin wo diese munition lager war oder ich glaube die leichen war da wo die musik was die olfaktor muss im fächer dk also ich muss ich das beschützen so gut leider ich bin fast down ah ne doch nicht fast war ich down aber scheiße wisst ihr was ich leg da jetzt einfach mal minen hin so ein stück zack und da beim fenster noch einmal einfach so da lege ich kein nix hin weil ohja geht nicht ohja wisst ihr was da gebe ich das hin so einmal tag und einmal tag geht schon also wenn die das ist wenn die das ist eine explosion wenn die da hinkommen und explodiert das sind ich wisst schon so minen halt landen schau es mal her ich schieße weg den headshot wuuuun ich auf youtube sagt wirklich nicht das ist viel zu brutal weil dann wäre das weg dann finde ich es echt schade wenn das weg wäre dann koch kic 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 W dass du das nicht trainiert hast warte ich geh gleich da um ich bin gleich da um wenn das so weitergeht bin ich gleich da um ja mich seiner position blablabla komm her du schmacko wenn du dich meiner näher position näherst dann kriegst du einen ich habe verloren leute 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 was für eine mission wählen ok immer normal ja ich will starten machen wir noch eine mission irgendwie sowas Jungen schreibt in die kommange damit man ja muss man es richtig rausgesprochen wenn du sie richtig rausgesprochen habe ich mich auf das ist ja eine riesen mission das ist ja eine riesen mission also das ist der Anfang egal wisst ihr was Leute, den Anfang machen Nee, wisst ihr was, ich zeige noch eins und dann hören wir auf. So, da raufklicken. Sehen Sie den? Pass auf. Voll ins Herz. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wir treffen uns genau hier wieder. Also, ciao.